Der Nachmittag auf Radio Saarbrücken 996. Schön, dass Sie mit dabei sind und schön, dass du da bist. Kalibu, einer der größten Magier in Saarbrücken. Hallihallo. Du kommst gerade von der Kreuzfahrt zurück, warst da beruflich unterwegs. Ist es denn so toll, wie man sich das vorstellt? Man arbeitet auf dem Kreuzfahrtschiff, arbeitet zwei, drei Stunden und dann... Ja, es ist schon toll. Das muss man sagen. Man darf es natürlich nicht zu laut sagen, weil sonst der Neidfaktor ist natürlich immer da, aber es ist auch Arbeit. Ich sage mal, auf dem Schiff ist es natürlich ganz praktisch, wenn man frei hat, dann kann man hier in Saarbrücken an den Staden gehen, was wunderbar ist. Aber wenn man auf dem Kreuzfahrtschiff arbeitet und frei hat, dann geht man halt an die Copacabana oder irgendwo in Buenos Aires tanzen. Also das ist schon klasse. Wir wollen nicht zu viel sagen, sonst wird man wirklich doch zu neidisch. Du bist Magier, aber auch Gedankenleser. Mit deiner neuen Show kommst du jetzt ins Domitil Leidinger. Was kannst du da schon erzählen drüber? Also es ist eine Gedankenleser-Show oder eine Mentalshow mit dem Titel Phänomental und da geht es um unmögliche Zufälle. Das heißt, es geht darum, dass Dinge passieren, die eigentlich nicht passieren dürften. Und das Spannende daran ist, dass ich die so beeinflusse, dass sie genau so passieren, wie ich das gerne hätte. Wie viel ist denn dabei bei solchen Sachen Tricks dabei und wie viel hast du wirklich deine Sinne geschärft, an deinen Fähigkeiten gearbeitet? Also man kann das nicht so klar abgrenzen. Also ich arbeite natürlich sehr viel mit Techniken, wobei das Wort Technik natürlich auch psychologische Grundlagen beinhaltet. Ich bin Zauberkünstler, ich verwende auch Magie, aber ich verwende auch sehr viel Psychologie, Suggestion, Hypnose, Menschenkenntnis. Was da jetzt was ist, das muss der Zuschauer am Ende für sich selber entscheiden, weil das ist das Spannende an der Geschichte. Das Fragezeichen, das man nachher über dem Kopf hat. War das jetzt echt? War das gestellt? War da ein Trick dabei? Wie hat das gemacht? Das bringt natürlich schon ein bisschen was im Umgang mit den Mitmenschen. Gibt es was, was du hier im Studio zaubern könntest? Also ich war ja jetzt gerade in Brasilien und habe auch ein bisschen was mitgebracht. Und zwar ist es natürlich immer ein bisschen schwierig hier, weil Zauberkunst natürlich etwas Visuelles ist. Aber wenn du das entsprechend dann umsetzt, dann denke ich, funktioniert das auch. Und zwar habe ich Edelsteine mitgebracht aus Brasilien. Und die brasilianischen Macumba-Priester, das sind diese, man würde bei uns sagen Voodoo-Priester, die sprechen diesen Steinen verschiedene Kräfte zu. Und zwar habe ich dir fünf mitgebracht, einen weißen, einen lilanen, einen schwarzen und einen roten und einen blauen. Ich habe dir hier einen Beutel vorbereitet, weil wir kennen uns noch nicht, wir haben mal miteinander telefoniert. Aber ich denke so ungefähr, dass ich dich einschätzen kann mit dem, was du vielleicht gleich tun möchtest oder tun wirst. Und zwar intuitiv. Alles, was ich von dir möchte, ist, dass du jetzt ganz intuitiv deine rechte Hand auf einen der Steine legst. Auf einen der Steine, völlig intuitiv, lass dich nicht von der Farbe beeinflussen. Leg deine rechte Hand einfach auf einen der Steine drauf. Deine linke Hand ebenfalls auf einen der Steine. Auf einen anderen? Auf einen anderen, genau. Okay, nimm die Steine weg und schmeiß sie hier zurück in den Beutel. Drei Steine sind noch übrig geblieben. Das ist der schwarze, der lila und der blaue. Diese drei Steine nimmst du in beide Hände und mischst sie. Alle drei. Alle drei. Einen davon lässt du auf den Tisch fallen und schmeißt die anderen beiden wieder zurück in den Beutel. Ein einziger Stein ist intuitiv übrig geblieben. Du hattest jetzt vorher keine Ahnung, welcher Stein rauskommt. Nee, überhaupt nicht. Du hast ihn einfach fallen lassen. Das ist der blaue Stein. Und der blaue Stein steht so ein bisschen für die Neugierde, aber auch für die Weite, für das Meer. Meine Neugierde, das kann man dir als Journalist natürlich auch nachsagen. Hoffe ich doch. Ja, das ist auf jeden Fall eine Berufseigenschaft. Aber ich habe ja hier schon was vorbereitet für dich, bevor ich überhaupt ins Studio gekommen bin. Und ich habe hier in diesem Beutel einen Stein hineingetan, von dem ich glaube, dass er zu dir am besten passt. Das ist genau die gleiche Farbe. Das ist der blaue Stein. Wahnsinn. Unglaublich, wie du es gemacht hast. Was gibt es denn für Tricks, kannst du sagen, Tricks schon andeuten, die wir in der Show sehen werden? Also in der Show wird auf jeden Fall vorkommen, dass ich versuche, das ist immer ein Versuch, man weiß nie, ob es funktioniert, meinen Mitspielern anzusehen, ob sie lügen oder die Wahrheit sagen. Das ist so eins von meinen spannendsten Experimenten, weil man nie weiß, was passiert. Dann viel Glück für die Shows am 5. und 6. Februar im Domizil Leidinger. Und du darfst dir natürlich noch ein Musikwunsch wünschen. Das finde ich total klasse, weil ich war ja im Oktober auf der MS Athena. Und die fuhr früher als MS Stockholm und das war das Schiff, das die Andrea Doria versenkt hat. Und deswegen wünsche ich mir von Udo Lindenberg die Andrea Doria. Das erfüllen wir dir natürlich. Danke für den Besuch und alles Gute. Danke für den Besuch und alles Gute.